So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallen Earth. Mit dabei die liebe Damakasch, die liebe Schleckball und Eifia. Hi. Hallo. Ich muss jetzt ja mal dazu sagen, weißt du, andere Let's Player machen in der Aufnahmepause solche wichtigen Sachen wie auf Toilette gehen, rauchen oder was trinken. Wir schicken uns über Snapchat total sinnlose Bilder. Ja, schön ist. Macht ja nichts, oder? Also ja. Kann man auch mal machen, ne? Finde ich auch. Schon sinnvoll. So, guck mal hier drunter. Da geht's lang. Potato Head. Eifia steht hier noch. Eifia, warum stehst du da? Eifia, was ist los mit dir? Ah, jetzt funktioniert's. Ach so, ich hab gedacht, du machst noch tolle Bilder für uns oder Videos. Was ist das? Dass du dich seitlich mit dem Pferd nicht unterm Sprinten bewegen kannst, gell? Ja, dass Pferde können halt seitlich nicht so gut rennen. Das ist halt. Also ich find's ganz cool, dass die versucht haben, so die Animationen, so, ja. Das sind die Kürbisse? Guck mal, das sind die Kürbisse. Ähm, dass die die Animationen schon so versucht haben hinzukriegen, wie Pferde sich tatsächlich auch wägen lernen. Ja. Also das find ich schon ganz geil. Auf jeden Fall, find ich auch gut. Ach, und da sind sogar zwei drin gewesen. Ach, das ist ja nett. Guck mal an. Einer. Cool. Lass den da mal noch zu drüben. Gerade unten sind auch noch welche. Gott sagen, weil jetzt... Ich steck auch wieder auf meinen Gaul auf, dass ich nicht da den alten... Ah, na, Blödsinn, Blödsinn, das sind... Das ist Gemüse, ja. Ich kann freihändig auf mein Pferd steigen. Ja, vielleicht wachsen die hier ja aber auch wieder. Oder vielleicht, ich glaub, hier oben eventuell. Also die wachsen auf alle Fälle bestimmt nach, oder? Ja, ich meine... Ja, ich denke mal schon. Du bist den Weg runter, gell? Ja, ich reite halt hier so auf dem Weg. Aber ja, ich bin runterwärts, genau. Da ist so ein Koordinator Level 3. Hier sind wir auf alle Fälle mal richtig. Ach, der macht hier auch Wasserzeug einsammeln oder was? Ne, der harvistet hier. Gucken, ob ich über den Zaun sprengen kann. Oh. Oh, mein... Koordinator, das könnte doch schon mal der Richtige sein hier, oder? Auch? Ne. Oh, okay, man bekommt auf jeden Fall Fallschaden. Ja, äh, ist mir auch aufgefallen. Seid ihr nicht auf dem Weg geblieben, wie sich das gehört? Ich wollte über den Zaun springen. Wir wollten unsere Turnierpferde testen. Oh, ich such dich gerade wieder. Wo bist du? Da hinten. Na, da hinten seid ihr zwei. So, mal gucken, ob ich hier... Ähm... Kann ich hier was looten? Nö, warum nicht? Was ist los hier? Na gut. Wo kommt der denn hin? Ihr habt da irgendwas... Bayer hat was gepullt, da kommt irgendwas auf euch zu. Ja. So ein Dancer. Hey, hey, hey. So schnell. Ich hab doch nichts gepullt. Du doch nicht, ne? Ich hab's genau gesehen. Ich hab's doch... Videobeweise, ich hab Videobeweise. Ich hab... Dafür hab ich ein AP geirrt. Äh... Warum auch immer. Hab ich ein AP. Aha, da muss man, um irgendwelche Leichen zu looten, braucht man auch irgendein Wissen. Ey, ich bin so unwissend. Wo bin ich jetzt wieder... Jetzt bin ich wieder oben, super. Also, ich guck jetzt mal... Warte mal. Ähm... Ich guck hier nochmal ein bisschen nach Kürbissen eben. Hier geht's wieder runter. Ach so, hinten ist halt Schleckball. Das sind... Also, ich folge jetzt hier einfach, weißt du, ich folge dem X auf der Karte ganz stumpf, ne? Ich hoffe, ich mach das hier richtig. Ich weiß es nicht so genau. Ah, das sieht richtig aus. Ja, diese Kürbisse sehe ich hier. Die Kürbisse? Was hab ich denn mit meinen Kürbissen immer, ey? Ich hab doch einen Kürbiskopf oder was, ey? Ich weiß nicht. Also... Ich glaub's auch. Hier sind wir wohl falsch. Also, hier sind die komischen Pflanzen. Guck mal. Die muss ich jetzt kaputt machen, oder was? Ich glaube, wir sind hier komplett falsch. Und das Kürbis... Ah ja, das sind die, die zählen. Was macht denn ihr überhaupt? Weiß ich nicht. Also... Ach so, ach so. Ach na ja, gut, die mach ich dann nebenbei, wenn ich sie finde. Hab ich gedacht, dass das vielleicht ein bisschen sinnvoller ist. Welches Kreuz bist du dann jetzt angeritten? Ähm, Damakashi ist von unserer Seite raus festig. Ach so, da hinten. Ich warte draufschießen, bis ihr wenigstens in der Nähe seid, weil das zählt ja für euch sonst nicht. Das ist ja blöd. Ja. Oh, hier liegt noch... Hier ist auch noch so ein komischer Kaktus. Den sammle ich mal ein. Wie kann man denn dem Gaul die Sporen geben, ordentlich? Musst du dir wohl ein besser trainiertes Pferd anschaffen? Mein Gott. Ich hab hier auch einen Kaktus. Uhu. Wo bist du denn abgeblieben? Bist du mir nicht hinterhergekommen? Äh, I4 Harvestet Kaktusse. Okay. Siehst du, dann fehlen mir nur noch zwei so Kakteen-Dinger da. Ich bleib mal hier und beobacht mal. Ja, mir auch. Mir fehlen auch zwei. Okay, wo seid ihr denn? Was macht ihr denn? Ja, ich wollte eigentlich zu dir, aber... Okay. Dann mach ich mal hier... Dann guck ich mich mal hier noch so ein bisschen was um. Ihr seid die gelben Punkte im Westen, oder? Genau, wir sind die dicken gelben Punkte. Aber Schneckball ist eher so Südosten. Nö, ich reite Richtung Westen. Das ist ein Pilz. Aber ich glaube, von mir aus gesehen bist du noch Südosten. Möglich. Hier sind nämlich die blühen Pflanzen, die man zerstört. Bist du oben oder unten? Ich bin unten im Berg, ganz unten. Okay, ich bin auch unten. Also ich komme jetzt runter. Also im Tal sozusagen. Ja, noch nicht ganz, aber fast ja. Kommt hinten. Der Stinkbuck. Ah, ich verletzt. Ja, ich sehe da auf alle Fälle. Jemanden, den Weyerwald angerauscht kommen. I4 ist auch da. Ich komme auch. Ja, da kommt Schneckball. So, und jetzt sind hier nämlich die komischen. Ihr müsst hier die komischen. Ach, die Dinger. Ja, genau. So, kaputt machen und aufpassen, was da ist. Genau, Poison. Ach, das ist schon tot hier. Kann ich gar nicht wieten. So. Hm, da müssen wir zehn Stück von Ballern. Ja, genau, genau, genau. Müsst du aufpassen, da ist halt dein Gift. Da müsst ihr rauslaufen. Hm. Okay, ich stelle mein Pferd mal eben ab hier. So, komm, hier. Warum kann ich dich nicht heilen? In den Beyer. Ja, warum stirbt der denn auch schon wieder? Ja, ich? Ja. Ich versuche dich zu heilen, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Ah, jetzt. Ich schiebe auch mal eine Heilung rüber. Nö, nö, das habe ich jetzt gemacht. Ja, ich habe auch eine Heilung rüber geschoben. Gleich mal ganz voll. Auf Bayer musst du aufpassen, wie auf so einen Sack Flöhe, ey. Ja, ja. Also, Vakil ist ja nicht zu fassen mit dir. Also, ich glaube, wir werden Healer und Bayerwald ist der einzige Damage-Dealer. Ja, und Schneckwald tankt. Genau. Ja, das ist ja... Wenn du zu weit weg bist, dann wird dir auch... angezeigt, ähm... Ja, gut. Ja, ich habe genau deswegen... Das habe ich eben nicht geschnallt, aber... Aber ist ganz gut gemacht, ne? Dann sieht man das schon. Also, ist ganz cool so. Mir wurde kein Gift gerade angezeigt. Das war ja fies. Oh, oh. Oh! Ach so, wir haben ja genug. Ach, wir haben ja gar nicht mehr. Ja, jetzt haben wir genug. Genau. Schön. Auf geht's. Und normal, das mit dieser Bandage, dieses Stench Wound, das ist ja normalerweise auch, wo ich andere heilen kann, oder? Normalerweise schon, ja. Ich glaube, du hast eine etwas größere und eine kleinere. Aber vielleicht brauchst du für die Bandagen auch Bandagen. Das kann sein, ja. Ne? Weil da, dass du da so erste Hilfe-Wings brauchst, ne? Requires a Ratched Bandage. Ja. Stimmt. Und dann geht das natürlich, ne? Oh! Ja, prima. Das haben wir. Jetzt fehlen uns nur noch die komischen Kakteen und das andere hier. Lass doch mal einfach hier runterreiten. Da sitzt sicher irgendwo Kakteen da. Aber wir müssen ja in die andere Richtung eigentlich. Ja. Da finden wir schon welche, oder? Ich denke auch. Die standen ja jetzt hier auch eher zufällig blöd in der Gegend rum. Das mal habe ich es nicht gepullt. Ach, da kommt die nicht nach. Ich will vom Pferd aus schießen können. Was machen wir denn jetzt? Find the location, oder? Ja, genau, würde ich sagen. Und wenn wir halt diese komischen Painted Water-Kakteen finden, dann nehmen wir sie halt mit. Vielleicht sind da oben wieder welche gewachsen, da waren wir ja gar nicht. Ja, aber sie sind schon wieder neue da. Sind schon respawned. Ja, sehr gut, ja. Jetzt mit meinem Gaul los. Sehr gut. Sehr schön. Kriegen wir die doch auch fertig. Hallo. Wie viel braucht ihr noch davon? Also ich bin jetzt fertig. Ich brauche noch eine mehr. Eines brauche ich noch. Ja, ich brauche auch noch. Ich brauche auch noch einen. Dann bin ich auch fertig. Okay, dann lasse ich den hier noch bei, weil der hat überhaupt noch drei, die er benötigt. Ja, da werden wir ja noch mal. Notfalls kommen wir noch mal hierher. Also das ist ja egal. Wo hast du noch welche, hast du gesagt, gell? Da ist einer. Da ist einer. Aber das war es auch schon. Also du kannst übrigens auch, ne? Falls du, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wenn du mit M die Map aufmachst, ne? Kannst du mit dem rechten Mausklick hinklicken und dann kannst du da eingeben, Wegpunkt. Und da könntest du theoretisch dann ja eingeben, Kakteen. Und dann würdest du die wiederfinden. Also. Also ich brauche jetzt noch eine Tainted Water. Warum ist mein Gaul jetzt so langsam? Was habe ich jetzt schon wieder gedrückt? Bayer. Was tust du denn da immer, ey? Pferd müde, Pferd schlafen. Pferd müde, Pferd schlafen. Ja, genau. So, warte jetzt. Guck ich mal. Mein Pferd hat echt. Vielleicht solltest du abnehmen. Nein, nein. Du musst das Pferd füttern. Deswegen war es langsam. Ich habe nicht auf die. Ja, mein Pferd ist auch. Genau. Auf die Silke achtet. Aber deswegen sprintet er auch nicht. Der blöde Hund. Warum, weiß ich nicht. Ja, das muss ich halt hin und wieder auch mal ausruhen, das arme Pferd. Ich kann nicht mehr sprinten. Ja, hat denn dein Pferd volle Dingens? Ja, mittlerweile wieder, ja. Oh, hier ist, glaube ich, ein bisschen Action, oder was? Oh, ja. Glaube, müssen wir da durch, oder kommen wir da dran? Ach, das sind wahre Dinge. Ich will mich jetzt hier einfach mal, weißt du, ich schule mich jetzt hier rum, ne? Ist vielleicht auch unhöflich dem anderen gegenüber, aber so bin ich. So. Ach so, du bist schon vorne in Damakasch. Ich weiß gar nicht, wo lang, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, hier bin ich auch richtig. Ich sattel ab, hier stehe ich sicher. Dann warte ich hier auf euch. Wieso, was machen die denn hier? Feinzel Location, Track and Kill Targets. The Stand and Deliver müsste hier doch irgendwo sein, ne? Hä? Ne, das ist ja jetzt falsch, oder? Ne. Aber da ist so ein Deliverpunkt, oder? Ne, das ist doch... Das stimmt hier in dem, das ist bestimmt hier in dem... Hier ist ein Lager von denen. Also ich stehe jetzt hier genau vor so einem Lager. Da sind ganz viele so eine Blade, ähm, Dancer, Dancing Queens hier. Da sind wir da Richtung Osten, oder was? Ähm, ich bin... Ja, genau, östlich der, ähm, Stadt bin ich. Ah, okay, also doch. Ich hab echt heute den Auslauch-Account erwischt. Müsste theoretisch hier unten wo sein. Ja, ihr, genau. Ich bin da runtergeritten, da ist so ein Weg runter, und dann reitet ihr genau auf so ein Lager zu. Genau. Guck mal, da unten ist so ein Lager, da bin ich jetzt halt noch nicht rein. Oh, ich glaub, mein Pferd ist auch müde. Weil ich denke, dass das das Lager ist, wo wir hin müssen. Ist da jetzt auch so langsam, ne, oder? Jetzt wird's müde. Also jetzt geht's auch langsam, ja. Also meins trabt bloß noch ganz, ganz langsam. Schläft fast. Und dann meins geht. Ja, meins auch. Meins geht fast gar nicht mehr jetzt. Kann man das, wie kann man das denn füttern eigentlich? Es geht ein... Ich hab da einfach draufgeklickt. Ich hatte dieses Fenster von meinem Pferdchen, und da kannst du Feed klicken. Da pack ich da mal die Axt aus. Irgendwie. Ah ja, Feed Mount, ja, ich seh schon, ja. Genau, Feed, Heel und Info. Ah, okay, das ist gut. Ich hab so ein Zusatzfenster für den Gaul. Aber das ist jetzt gerade zu. Aber wenn du's anklickst, vermute ich mal. Du musst nah dran stehen. Das verschwindet, wenn du weiter weg bist. Du musst eigentlich praktisch daneben stehen. Bestimmt, weil das sonst nicht geht. Ich mein, wie willst du's füttern, wenn du zwei Kilometer weiter entfernt bist? Also meins hat 100% das Pferd. Wo ist denn das? Das geht gar nicht. Fenster. Bei mir oben links. Unter deinem... Ja, bei mir ist es halt über meinem... Es kommt drauf an, wo du's hingeschoben hast. Ja, eben. Bei mir ist es unter mir. Achso, hier. Okay, 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 okay. Na, dann lauf doch, Bayer. Genau, Bayer. Alles wartet hier auf dich. Mann, Mann, Mann. Ich hab hier einen gelben Punkt im Haus. Wieso hab ich hier einen gelben Punkt im Haus? Ey, Schneckball. Ja. Komm, wir machen hier Sachen kaputt. Ja, los. Geht. Genau. Ey, sind wir Helden. Eine Einziger kommt, ey. Ha, mein Pferd ist wieder. Also, die ist dir aber jetzt aber wirklich direkt reingerannt, ne? Ähm, einfach gefüttert und geheilt. Vorsorglich. Ich hab auch gefüttert und geheilt, aber... Also, irgendwie, ich weiß es nicht. Also, also... Cool. Ah, die stücken wieder auf, oder? Nö. Nee, wir töten noch ein paar Sachen. Also... Headshot! Und er hat lebt. Das ist ja eine Frechheit. Jetzt. Mir fällt... Ah, okay, okay, okay. Was ist das denn? You search the corpse and finding nothing of value. Okay. Extremly... Ach so, ein extrem stinkendes Bier, das nehme ich natürlich mit. Sorry, geh jetzt zu Fuß. Komm, ich hab auch. Wozu auch immer. Also, man weiß es nicht. Extrem stinkendes Bier. Ja, wieso auch nicht? Jetzt doch... Ja, würdest du es nicht mehr? Den Fäden machen wir noch weg, da. Oh, schade. Oh, kaputt. Wir sind doch noch genug. Oh, den Kopfstand macht die. Okay. Auf geht's hier, den Nächsten. Hier, was ist mit dir? Aber weißt du, das ist eigentlich auch Verbrecher, darf man in so einem Spiel nicht sein. Das ist eigentlich schon gemein, weißt du. Die werden dann nach und nach abgeschossen und die anderen stehen da rum und warten auf, weil sie auch nicht. Ja. Zum Looten ist ja nix. Nee, nicht jeder hat Not, ja. Ich hab ein Achievement bekommen. Where the action is. Cool. Boom. Oh, Mist, ich muss nachlaufen. Stimmt, hab ich jetzt auch. Oh, Achievement. Ja, ja, genau. Achievement unlocked, ja. Cool. So, ich guck mal hier oben. Also irgendwo ist hier doch bestimmt jetzt hier da das, was wir haben müssen, ne? Ich will auch ein Achievement haben. Oh, ich hab Tainted Water von denen bekommen. Cool. Ja, auch nicht schlecht. Oh, ich hab Tainted Meat und Tainted Water. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich auch fertig. Von was? Von den Typen hier? Ja. Aber das, ähm, Find the Location, Track and Kill Targets, ist noch nicht. Nee. Aber hier steht... Oh, hier steht noch einer. Meinst du, wir müssen noch weiter runter gehen? Mensch, fies mit dem Messer. Sag mal, Junge. Also wirklich, der spinnt wohl ein bisschen, oder was? Ja. Ja. Wo kommt der denn her? Das ist ja eine Frechheit hier. Jetzt spawnen ja immer wieder neu, ne? Ja. Ah, ja, meinst du, wir müssen nochmal... Ja, wir können ja mal gucken, ob wir... Ja, hier. Was ist denn mit dir los? Ich konnte den anderen grad... Das hat mich grad voll gestört beim Looten. Ja, also das geht nur auch nicht, ne? Nee, vor allem nicht. Ich hab jetzt nichts mehr zum Looten. Oh. Guck mal, hier haben die auf der Tonne gegrillte Glittertiere. Oh, super. Der spawnt direkt neben mir. Oh, nee, das ist falsch. So. Na gut, aber hier sind wir ja anscheinend nicht richtig, oder? Also das X ist zwar hier schon grob in die Richtung, aber wohin genau wir müssen, müssen wir dann tatsächlich im nächsten Part gucken. Oh. Ich würde sagen, wir... Was auf bei ihr? ...rehen uns hier ein bisschen in Sicherheit, dann kann man mich auch abmoderieren und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit und ciao, ciao. Tschüss. Ciao.